Hallo! Let's go! Ja, maximal. Very cool. I don't know. I'm very sorry. I think we'll be like a world, huh? Yeah. Okay. A little bit of oil. Sure. Yeah, good. Huh? Yeah. Woohoo! Woohoo! Yeah. Also beide Fliegern kommen nie wieder runter. Haha! Woohoo! Ja. Schön, oder? Ja. Wir waren ja grad da drüben. Äh, bis dahinter sind wir geflogen. Ja. 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 Wir sind gestartet. Ja, ja. 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 Aber keiner hat es geschafft, uns nachzufliegen. Es sind alle oben da. Weißt du, dahin fliegt es nicht einfach. Da muss man die Landschaft kennen. Weil manchmal geht es ein Rotor, weißt du? Wenn es einen Rotor gibt, dann landet es sofort, geht es runter. Was ist das denn? Gehen wir mal zur Schmetterungsbucht. Wo ist das? Da drüben. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da kann man schon verstehen, warum so viele hierher kommen und fliegen, ne? Ja, ja. Das Sigma hat 38, oder? 38, ja. Aber angebremst. Jetzt lass es mal los. Ja. Jetzt sind 40. Wow. Mal schauen, wenn wir es umdrehen, wie es dann ist. 41, 5, 42. Da unten ist später nichts. Ciao. Ja. 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 Jetzt schauen wir, ob es schnell ist. Ja. 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 Frau explicit. Ja. 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 Höhe? 850, 840. Jetzt, oder? Ja. Wow. 800.